Und jetzt Ministerpräsident Markus Söder mit seiner dritten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Ich stehe ab Schwarz, Herr Rütt. Ich stehe ab Schwarz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle Bayern wieder, leider. Stehen vor vieligen Wochen um uns herum. Deutschland, Risikogebiet. Tschechland, Risikogebiet. Holland, Risikogebiet. Frankland, Risikogebiet. Belgien, Land, Risikogebiet. Österland, Risikogebiet. Drei Tage später. Gastronomie, Land, Risikogebiet. Kitas, Land, Risikogebiet. Schulen, Land, Risikogebiet. Kultur und Sport, Land, Risikogebiet. Überall, Land, Risikogebiet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, höchste Inzidenzwerte, zum Teil bis zu 100.000 auf 500 Einwohner. Ich will Alarmismus machen, Endzeitstimmung propagieren. Fast überall gibt es Code-Maßnahmen, Code-Sperren, Verbot von Code-Sport. Alle reagieren weise. Und sogar einzelne Orte werden wieder ehrlich. Heute meldet das RKI 595.000 persönliche Lebensentwürfe. Es droht auch bei uns Code-Maßnahmen näher als viele glauben. Auch in Deutschland Code-Maßnahmen fälle. Ist doch echt prima, König zu sein. Mein electroazUEkar hat das Rechte, einer попроб boostething Mehr Wasser des Austauscurs. Tipp Deutsch-Tele geht beim Umhhan Janet und nachaus allegt. Ch interim Zeit mit begegnen Anizen Ludw� und Jesus und Michael mit pannteren Inzidenzwart l常wie aus Auf derabe auf den Stärke-N viоля waren. Jesus war so wunderbar. Näs Installation, Der Abi, der Auftrags von Dom, der auf gegenwirte pannteren Ama направTS ist. Noch in die Regel, dass das RKI 4ëclose rauskriegen. Da ist Allt auch an derzeit darauf rektorat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017